So, allöchen und willkommen zu Hause bei Creative Wars und wir sind zurück. Ja, und wir brauchen noch viel mehr Honig, habe ich gemerkt, in der letzten Folge. Also, gehen wir jetzt Gas und suchen uns Honig. Futtern ein bisschen was, denn ohne Futter geht gar nichts. So. Oh, da unten haben wir was Feines. Komm doch mal zu Papi. Oh shit, da geht es aber tief runter. Ist mir jetzt egal. Nein, nein, nicht wehgetan, okay. Take all. Oh, ja, braune Mushrooms. Die sind immer gut. Genauso hier, die Fossilien. Ich höre hier überall buddeln und graben und tun und machen. Kann man eigentlich euch auch irgendwie... Nee, da kann man natürlich nichts machen mit der Hand, war ja klar. Milo-braune Mushroom. Ich will Honig und keine Mushrooms. Da oben haben wir Bäume. Haben wir da so ein grünes Viech. Ach, die Schweine, die hauen zurück. Okay. Stimmt ja, die grünen hauen nicht zurück. So war das. Pilze, 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 Pilze. Davon werden wir noch einige brauchen, denke ich. Um Tränklein und so ein Zeug herzustellen. Aber müssen denn die Honigwaben immer so weit weg sein, dass man am Arsch der Welt langläuft? Auf deutsch gesagt. Ich will mir doch bloß eine beschissene Tür und eine Truhe bauen. Okay, da haben wir nichts. Zack. Aber die braunen Mushrooms, die ich entdecke, nehme ich alle mit. Das ist ja wohl... Wow, hier ist aber viel am braunen Zeug. Und die Monster, die haben sich natürlich in der Höhle verkrochen, ne? Über den Tag. Hm. Aber find hier erstmal Honig. Find hier erstmal Honig. Wir können ja rennen wie so ein Gestörter, aber das bringt uns ja nichts, wenn wir keinen Honig finden. Weißt du was, wir gehen mal da hoch. Ich hab da so irgendwie das Gefühl, dass wir da vielleicht hoch können und... Ah, guck mal da. Ist doch schon mal so schlecht mein Gefühl gar nicht gewesen. Was haben wir hier? Ja, Inventory is full. Na, wie herrlich. Ja, wir haben echt viel zu viel Zeug dabei. Ab in Müll damit. Alles, was ich jetzt irgendwie als unwichtig sehe, landet jetzt im Dreck. Müll. Koralle. Naja. Haben wir noch irgendwas ziemlich viel von... Ja, ich würde eigentlich so gern viel ablegen, aber ich kann nicht. Ich muss sagen, die Musik ist ja sehr angenehm bei dem... Oh, ne Truhe. Take all. Ist ja wieder full. Was ist denn das, oder? Was ist denn das, oder? Was ist denn das, oder? Was ist denn das? was man behalten möchte und was nicht. Aber ja, ist ja alles noch Early Access und so, ne. Und was das heißt, wissen die meisten, ja. Ich suche Honig, verdammt. Und ich finde keinen. Wisst ihr was, ich bescheiß jetzt mal wieder eine Runde. Was haben wir denn so? Ah, von Stein hab ich so viel, okay. Egal. Ich mach jetzt mal wieder nen kleinen Beschiss. So, man sollte ja auch, wenn man schon baut, so einfach mal weitermachen. So, jetzt bin ich so hoch wie der Baum. Eigentlich such ich ja nur Honig, ne. Irgendwie finde ich hier keinen. Da haugt jetzt nicht im Ernst ein Viech. Hey du Kleiner. Hallo. Ja, den treffe ich natürlich nicht. Take all. Oh, da ging's tief runter. Hallo, gibt's hier Honig? Hätte ich jetzt doch gerne mal. Verkloppt mal noch einen von den kleinen süßen Fratzen hier. Ähm, mal so nebenbei, solange ich jetzt hier noch keinen Honig gefunden habe. Äh, schaut auch mal bei mir auf den V-Blog. Denn, ich hab da ein neues Video gepostet für euch. Kommen immer wieder mal welche, dass ihr Infos habt, dass ihr Updates habt über meinen Kanal und so weiter. Weil immer wieder neues Intro, neues Diss erstellen muss ja auch nicht sein, ne. Man kann ja auch so seine Sachen euch sagen. Oh, hier ist was mit Moos. Ist das auch gut. Ja, your inventory is full und trotzdem hab ich noch keinen Honig. Fix halleluja nochmal. Was, statt der halbe Baum weg? Okay. Wow. Das wär beinah schief gegangen, würde ich mal sagen. Schweinchen. Das mach ich aber mal schnell, weil hier könnten so Viecher auftauchen. Wenn ich die Musik schon wieder höre, das wird nämlich Duster. So, hab ich jedenfalls zwei Sekündchen Ruhe, um hier ein bisschen mein Inventar aufstecken. So, irgendwas nimmt uns extrem viel Platz weg oder macht im Moment noch einfach nicht viel Platz. Wär natürlich auch ne Möglichkeit, ne. Weg. 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 Da brauchen wir ne andere Powerzelle. Stominionzellen. Probieren wir's mal mit der. Neue Steine. Was das hier alles gibt, mein Inventor ist voll, wo ist das Donutzer 3 ab? Wisst ihr was, schmeißen wir den auch noch weg, was ist der Wahnsinn, ey. Okay geht bei denen noch nicht, gut das sind blaue Pilze, keine Ahnung was die bringen. Okay. Ich hätte dennoch gern mal Honig. Suche ich gleich an den falschen Stellen danach, ich weiß auch nicht. Ja, der Inventory ist voll, bla bla bla, wie oft eigentlich noch. Was ist mit dem bösen Krabben, Krabben hat jetzt noch nichts zu tun? Hätte ich gleich mal austesten, wie stark die sind. Wenn sie sich überhaupt einen Kampf einlassen. Wow, wow, wow ist der Stich schnell. Oh oh, genau das habe ich gemeint. Ihr Inventory ist voll. Ja, ist okay. Ich habe 99 von den Dingern hier und da nochmal 12. Ja komm, weg damit. Da ist Schnee. Hm. Die Geräusche gefallen mir jetzt nicht so gut, aber... Ist okay. Kann damit leben. Wo kriege ich Honig her, also das gibt's doch gar nicht. Ich habe fast die Vermutung, dass es den Honig nicht so oft gibt. So verzweifelt wie ich danach suchen muss. Ja. 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 Ich guck an wie da so ein grüner. Danke für die Blumen. Danke, wie lieb von dir. oder irgendwie so ähnlich was ist denn das da oben ja das gebilde irgendwie so Was haben wir denn hier? Ein Lichtstein? Nee, Snow, Schnee. Oh, jetzt sind wir aber weit oben. Hoffen wir mal, dass wir uns jetzt nicht wehtun beim runtergehen. Ja, Inventory ist voll, ja, Inventory ist voll, ja, wie aufm leslichen, das heute noch. Elderward und tschüss. So, wenn wir gleich keinen Stein mehr unter uns haben, haben wir ein Problem. Mhm. Soll ich springen? Da unten ist doch Wasser, oder sehe ich das falsch? Ich mach erstmal einen vorsichtigen Sprung, ich will nicht wissen, ob da wirklich Wasser ist. Das täuscht. Naja, wir testen's aus, Leute. Also, Harakiri. Woooah! Oh, Gott sei Dank, da ist Wasser. Ich dachte jetzt echt, da ist kein Wasser und wir klatschen voll auf dem Boden, oder so. Ey, da ist hier viel an dem Zeug. Boah, sind hier viele Pilze. Da können wir alles nicht einsammeln, ist doch schade. Hey, gelbe Schweinchen. So, aber dafür verschwenden wir jetzt definitiv nicht unseren guten Stein. Ich hätte davon vielleicht auch nicht so viel herstellen sollen. Wir suchen ja immer noch nach... Oh, da sind schon wieder die Schweinchen, die sind immer die schönen aggressiven gewesen. Wenn die dich wittern, sind sie gleich da. Haha, nur dass wir ein stärkeres Schwert mittlerweile haben. Hm, 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 krieg mir ja erst mal, du Feiges, wie. Was los? Kommt's jetzt her, oder? Die können sich auch nicht entscheiden. Ich hätte ja gerne Honig, aber ich finde keinen. Hier schätzt du, als hätte hier schon jemand rumgebuddelt. War da wohl jemand auf meinem Server? Selbst wenn, wäre es auch nicht so schlimmer. Ich finde keinen Honig. Obwohl ich den zu gerne finden würde. Alleine, weil die Folge gleich vorbei ist. Wow, 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 kommt der, oder? Äh, 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 äh. Komm, lieber. Wirного. draining. Und ich bin... Entschließ. Komm, lieber. rules. Put hier. Weiss. Dann, wiry�. Wirkommt. 스를kä Together. Wirk queria. Okay. Oh, die Tierchen müssen ja jetzt gleich wieder brutzeln. Also, die Bösen. Was meinet ihr? Schaffen wir das? Wow, nein, wir schaffen es nicht. Oh, das tat auch richtig weh gerade. Haha, und alle sind sie weg. Ich möchte Honig haben, ich möchte Honig haben. Hallo, Leute. Es muss doch hier irgendwo Honig geben. Also, ich vermute ja, Honig auf einem Baum, aber vielleicht liege ich auch komplett falsch. Sollte ich falsch liegen und jemand weiß das, schreibt das in die Kommentare. Denn die Folge ist gleich rum, wenn ich so auf die Uhr gucke. Inventory ist voll. Ich weiß. Zack und weg. Ich sammle hier im Prinzip alles ein, aber kein Honig. Und ich finde es unlustig, bin ich ehrlich. Ich kann ja teleportieren, das ist ja das Schöne, aber ohne Honig brauche ich nicht teleportieren. Schauen wir mal vielleicht. Tja, aber manche Tierchen sind hier einfach nur dämlich, glaube ich. Ich muss hier nicht kapieren, wenn sie nicht rausgehen sollten. Hm. Also, mit dem Honig wird das wohl in dieser Folge nichts mehr. Ich teleportiere jetzt mal zurück und schaue mal, ob wir vielleicht Glück haben und trotzdem noch eine Kiste oder sowas bauen können. Aber wir sollten langsam mal Zeug ablegen. Und ich hoffe, das steht noch irgendwann in Deutsch dran, weil ich kann so schlecht Englisch. Oh, was haben wir denn hier? Das ist ein schönes Obsidian Minim-San. Mhm. Asphalt. Kann man ja mal craften, warum auch nicht? Stoneblock Walls, Stone Floor. Kann man nicht. Kann man auch nicht. Red Carpets, Blue Carpets, ja, Inventar voll, ich weiß. Bienenwachs fehlt uns dafür. Haben wir nicht. Ich weiß schon. Hm. Ich weiß schon. Ja, wir craften uns jetzt hier noch was zusammen. Ich will ja eigentlich ne Kiste, aber der Wunsch bleibt wohl leider noch aus. Moment mal, ich hab doch da gerade... Da ist mein Bienenwachs. Okay. Stone slap, okay. White Beacon. Okay. 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 Das ist schon zu spät. Ja gut, wir schauen erstmal noch so schön, dass wir ein Natural Stone Pad. Ach, kann man sich sogar dann einen Weg bauen. Das finde ich ne coole Idee. Okay. Nehmen wir uns doch gleich mal hier ein bisschen was mit. Ja, ich... Brauche ich das noch? Ach, ich denke mal weniger. Wie war das mit dem einen Trank? Ach, da fehlt uns jetzt das Gelbe. Wie schön. Was haben wir denn da noch, was man craften kann? Dann wird das... Ne, aber ein Bett. Da wollen wir Shredded Leaves. Okay. Bauen wir das da aber nicht? Jetzt haben wir jetzt nichts, alles weg. Dann wisst ihr, was ich hier jetzt mir mal hinbaue. Einfach so zum Spaß. So. Oh, wir sind schon bei 30 Minuten angekommen, liebe Leute. Wir machen in der nächsten Folge dann weiter. Okay. Bis dann, euer Blacky. Und wenn es euch gefallen hat, wisst ihr ja abonnieren, liken, kommentieren. Dann. 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 Dann.